Kreativität braucht Wertschätzung und Anerkennung und zwar nach außen oder von außen, aber auch von innen heraus. Man sollte also seine eigene Kreativität auch wertschätzen und seine eigenen Ideen anerkennen. Denn wie soll ich denn meine Ideen draußen gegen den Widerstand der Welt umsetzen, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin? Und ja, ich gebe es zu, ich habe ein T-Shirt, da steht Dufter Typ drauf. Allerdings in Spiegelschrift, so dass man es erst richtig lesen kann, wenn man in den Spiegel schaut. Das ist ein Symbol für mich, dass man sich selber Wertschätzung entgegenbringt für die eigene Kreativität. Das gibt es übrigens auch für die Frauen und für die Damenwelt. Dort steht dann drauf, das Schönste an mir bin ich. Aber Wertschätzung kommt auch von außen oder sollte auch von außen kommen und ist gerade in Teams so wichtig. Und wie Sie sehen können, ist jetzt der Spruch auch in Spiegelschrift. Das ist die Wertschätzung nach innen. Die Wertschätzung nach außen in Teams ist wichtig, denn Kreativität ist wie eine Pflanze, die im Wachsen ist. Und Wertschätzung und Anerkennung, das kann der Dünger sein, um diese Kreativität, um diese kleine Pflanze wachsen zu lassen. Ich empfehle Ihnen die 3x3 Wertschätzungswoche. An drei Tagen in der Woche wertschätzen Sie einmal drei Dinge, die Sie auf Ihrem Weg in Ihrer Umgebung finden. Und das soll natürlich eine ehrliche Anerkennung sein. Es soll nicht einfach nur ein Lob sein, um die Quote zu erfüllen. Wertschätzung gibt dabei auch immer etwas von einem selbst weiter. Wertschätzung hat immer eine kleine Begründung und ich gebe etwas von mir mit. Ich finde das gut, ich finde das kreativ, weil Lob ist einfach nur toll gemacht. Also Wertschätzung hat etwas mit Wahrnehmung zu tun und damit gebe ich etwas von mir. Und von daher werden Sie sehen, wenn Sie diese Übung mal eine Woche lang machen, dass Sie auf Ihrem Weg viel mehr kreative Dinge erleben werden und sehen werden als vorher. Denn Ihr Fokus wird sich darauf richten. Deswegen wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der Wertschätzungswoche und immer daran denken, Anerkennung und Wertschätzung nach innen und nach außen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020